Mein Name ist Andrea Feichtinger, ich bin EFM-Versicherungsmaklerin. Hallo, mein Name ist Lisa Feichtinger, ich bin die Tochter, wie man unschwer erkennen kann und ich freue mich jetzt in der dritten Generation im Betrieb mitwirken zu können und an dieser Stelle gilt auch ein ganz großes Dankeschön an Kunden, die wir schon über so viele Generationen auch betreuen dürfen und die uns schon so lange Vertrauen schenken. Also danke dafür. Ja, wir bestehen aus einem weiteren Team von weiteren zwei Mitarbeiterinnen und wir betreuen die Kunden aus unserer Region. Das Büro selbst befindet sich im Bezirk Graz Umgebung in der Gemeinde Hitzendorf. Seit vielen Jahren schon bin ich im Bereich der Versicherung tätig und auch schon seit beinahe zehn Jahren Mitglied der EFM AG. Versicherungen sollten deshalb verglichen werden, weil in den einzelnen Polizen wahnsinnig viele Unterschiede sein können und man darf nicht dem ihr Glauben unterliegen, dass man eine Versicherung auf der ersten Seite vergleichen kann, denn eine Versicherung besteht aus vielen Seiten und die wesentlichsten Unterschiede sind oft weiter hinten zu finden. Ich kann mich dem nur anschließen und für mich ist auch wichtig, dass man das Gesamtpaket der Versicherung wirklich an den Kunden anpasst, weil da wird mir jeder zustimmen, jeder Mensch ist anders und hat woanders seine Interessen und Spezialgebiete und genau so muss auch das Versicherungspaket an den Kunden angepasst sein. Und das ermöglicht wir eben bei EFM mit dem Versicherungsvergleich. Der größte Vorteil liegt sicher darin, dass die EFM so groß ist, dass es so viele Franchise-Unternehmer gibt, die sich alle gleich für ihre Kunden einsetzen und dass es in der EFM Ausschüsse gibt, die Produkte und Bedingungen nachverhandeln. Außerdem haben wir einen Klientenanwalt, der dann, wenn wieder etwas nicht funktioniert bei einer Versicherung, noch für die Kunden sich einsetzen kann. Ja, für mich ist es definitiv auch das große Netzwerk. Die EFM ist riesig und es gibt so viele unterschiedliche Standorte, was auch dazu führt, dass es in jedem Bereich Spezialisten und Experten gibt und wir so als EFM Versicherungsmarker die Möglichkeit haben, den Kunden wirklich umfassend und ganzheitlich zu betreuen. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.